Gut, ähm, jetzt muss ich die Zeit hier noch addieren, äh, subtrahieren, addieren, ja genau, ergibt zum nächsten Mal Gas, solange wollte ich jetzt nicht an der Kurve bleiben, was ist das jetzt hier, achso, die nächste, okay, alles klar, so, was bedeutet, ähm, 40 mache ich Schluss, 10 Minuten jetzt noch, 10 Minuten jetzt noch, alles klar, sollte ich das eigentlich schaffen und noch eine Mission, oh Gottes Willen, ich halte mich hier eindeutig zu lange bei den Kurven auf, Das ist meine Mäbele, die Bussi.